So, damit können wir gegen Kuna ankommen. 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 Ja, das ist ein bisschen der Buche. Was ist das? er hat echt kein glückliches händchen was die kommentator angeht als Jäben, welche Team der Haseo-Teams der Kuhn-Team? Dennoch im Ernst der Kuhn-Team anstrengen uns die drei Möglichkeiten. Das ist ja das, was es? Ich habe keine große Probleme, wenn man mit den Kuhn-Team in der Kuhn-Team erhält und den Haseo-Team erhält. Oh, was er ist das? kann da ich nur die sieben noch pc nicht heißt die kreise ach du scheiße bei und kohen wer ist der tritt an das ok das ist jetzt überraschend hast du gesagt hast du gesagt? ich hab dich nicht gesagt aber es ist mir kein Problem damit, dass ich mich noch nicht so gut dass ich mich noch nicht so gut, dass ich mich noch nicht so gut was ich nicht so gut, dass ich mich noch nicht so gut und der Grund der 3. ist Ich kann mich nicht verletzen, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Ich hab echt ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl dabei. 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 Kann ich den Kampf überhaupt gewinnen? Und ich glaub ja. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl dabei. 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 Jetzt Wo kennst du? Noo! 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 Scheiße! Oh, der hell. Geil. Das war's für heute. Oh man, das hat Kun doch alles geplant. Oh, das ist schon. Oh, das ist schon. Jetzt, bitte. Haseo. Kun? Ich bin... Das ist das, was du? Nein, ich bin so. Was ist das? Was ist das? Ich verstehe, nicht wahr? Die Avatars werden uns die Gefühle von uns. Das ist nicht das einfach, was er zu retten. Was ist das? Oh, wasser? Ich bin immer bereit für mich. Ich bin bereit für mich zu verlieren. Ich bin bereit für mich zu verlieren. Und ich bin bereit für mich zu verlieren. Nein, 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 nein. Nicht Kuhn, nicht Kuhn, ich mag ihn. Bitte nicht Kuhn, bitte nicht Kuhn. Aber ich mag Kuhn. Ich will nicht, dass er stirbt. Nein. 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 Pugis. Das ist das Hallo. Nein. Nein. Aaaaaaah! Ich bin nicht so glücklich, dass ich nicht so glücklich bin. Kuhn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! ich bin gerade einfach nur froh dass ein kürzer dorn mei 1 大丈夫 もう間違えなきゃいいだけだからさ goes わかったか は自分の力さん コントロールできていなかった Ich weiß nicht, ob ich es nicht verstehe. Aber ich glaube, dass ich das nicht schlecht bin. Ich weiß nicht, ob ich mit den Abatern mit den Abatern weiß. Ich habe nur die Abatern gebetet. Ich weiß nicht, ob ich nicht die Abatern weiß. Aber ich weiß nicht, dass ich nicht meine Lehreise habe. Ich kann nicht, dass ich es nicht benutzen kann. Ich weiß nicht, dass ich es nicht benutze. Ich bin ein Mann und erinnert mich mit ihm. Wir werden mich für meinen célere Beleg verletzen! Ich bin so ganz würdig. Ich hab meine Frau zu scoren! Er ist eine große Zeit, die von rammel Meister! Das war's für heute. Er hat so gar kein Glück mit seinen Kommentatoren, ey. Die arme Sau. Aber Gott, bin ich gerade erleichtert, ey. Ich bin gerade so unglaublich erleichtert, dass es nicht Kuhn erwischt hat. Er ist einer meiner Lieblingscharaktere geworden. Ich hätte mich wohl zu Tote geärgert, wenn es ihn getroffen hätte. Aber total. Oh Gott. Und dann kommt ihr das! Yo, Kenma, Hammer! Ah, ich hab' die Geschäftsgleichung zu der Reihe nach ran, okay? Ja, sie ist ein Workaholic. Die Wände haben Ohren. Ich habe dir etwas wichtiges zu Ernst, wenn es mir zu teilen kommt zu der Meister Selkowa ist wie die Sonne unserer Gilde. Er spricht mit jedem Vorurteilen und bevorzugt uns in dem fremden Mondbaum. Steht dank ihm und Sakaki. Es ist schwer vorstellbar, dass nur noch der Titelkampf im Dämonenpalast und ihr auf uns wartet. Komm schon. Zum Mädchen sollte man nett sein. LOL. Als nächstes steht der Titelkampf gegen Androns an. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber solange du bei uns bist, können wir echt gewinnen. Das Gefühl habe ich zumindest. Geben wir unser Bestes. Dinge, wie das erscheint, fand man so außerhalb der Spieleparameter das kurzzeitige Auftauchen von Charakteren an Orten, an denen sie nicht sein sollten. Ein bekannter SKK, der plötzlich wieder auf Stufe 1 ist. Solche Gerüchte. Ich konnte seinen Spuren nicht folgen, trotz des Zeichens, das er an Moriko Grabstedt hinterließ. Haseo, wie... was... weißt du etwas im Trade? Ja, den Schatz. Schatz müssen wir uns erlauben mit dem Piros. Echt? Das war schon alles? Oh Mann, der ist ein bisschen enttäuscht. Ich ne- habe ich mit Ihnen gehört, was ich gehe mit Beleidens? Das ist vorbei. Hier wird er also auf eine Elm Check-in-Richt. Das war schon immer aus, wenn ich auf die Gebiet wurde. Ich bin so knapp. Ich bin so knapp. Ja, ich bin so knapp. Ja, ich bin so knapp und solo bei Ihnen selbst befestet ihr. Da war schon mal bei uns. Wenn man so knapp und bitte fokst was, Ich weiß nicht, wie ich das immer. Irgendwie hab ich das Gefühl, wir sind Androids doch nicht so gewachsen, obwohl wir wahrscheinlich wieder Level höher sein werden als er. Es ist so zum Kotzen. Ey, man levelt sich hier eben ab und ist am Ende doch der Arsch. Und warum behütet keiner unseren Job? Meine Fresse, das muss man hier selber machen. Klatsch. Ja. 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 Entschuldigt, wenn ihr was knuspern hört, ich muss was essen nebenbei. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt wird er echt mal ein paar Sachen ablegen. Vielen Dank. 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 So kriegen wir dann auch ein bisschen Platz bei uns. Also dem kann ich mir vorstellen, dass das auch gute Preise auf den Markt bringt, wenn wir die alchemieren. Und das Geld können wir ja bekanntlich immer brauchen, wenn ich dafür einen kleinen minimalen Preis ausgeben muss. Buhi. Zetttä, Buhi! Buhi, Zetttä, Buhi! Buhi, Zetttä, Buhi! Buhi, Zetttä, Buhi!